Hey! Ja gut, ich bin scheinbar ziemlich schade. Eine 79. Ja, das wollte ich sagen. 77. Ich glaube bei dir, weil du eher ein Defensivspieler bist, würde ich sagen 73. Ja, ist schnell. 82. Sehr gut. Eine 70er. Danke. Oh, aber nur 70? Nur? Ja, es reicht, es reicht. Wir sind Wolfsburger. Also ich schätze ihn ganz gut. Sechster, Abräumer. Sechster? 76. Auch im mittleren 70er-Bereich, durchaus. Ich schätze eher 78. Okay. Ich selber habe 80. Ja, also ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden. Bis auf? Bis auf die Defensiv, ja. Da bin ich ein bisschen sehr enttäuscht. Da muss ich sagen, da arbeite ich im Training sehr viel daran und würde ich aber nicht belohnen. Eine 77 ist ganz ordentlich, von dem her, ja, ich bin zufrieden damit. Ich bin froh, dass ich erstmal überhaupt auf FIFA vertreten bin. Aber, ja, dass das jetzt der gleiche Wert ist wie im letzten Jahr oder sogar ein bisschen schlechter, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Uhhhmh Wie sein? Untertitelung des ZDF, 2020